Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil der sechsten Vorlesung Kern- und Teilchenphysik, Fachbereich Physik, Universität Konstanz im Wintersemester 2020. Es sind Corona-Zeiten und es ist wiederum ein Video in meinem Keller. Und jetzt, nachdem ich im ersten Teil die Physik der Spaltung, also der normalen Kernkraftwerke, erklärt habe, möchte ich eine Übersicht geben über die verschiedenen Typen von Kernkraftwerken, die es gab und die es heute auch noch gibt. Und zwar gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Kernkraftwerken. Zunächst mal die, die ganz normal Uran-235 spalten. Also das ist das Brennmaterial, so sagt man das. Also mit Brennen hat es nichts zu tun, aber man sagt, das Brennmaterial ist Uran-235. Das ist dieses relativ seltene Uran-Isotop und das muss eben angereichert werden. Und dann hat man so einen Brennstab, das ist so ein meterlanges Ding aus Metall. Und da drin ist Uran-Oxyd und das enthält eben statt der normalen 0,7 Prozent etwa 5 Prozent Uran-235. Und die Kettenreaktion läuft nur mit dem Uran-235. Das Haupt-Isotop Uran-238 ist unnütz, das ist ja zwar mit dabei, aber das wird dann zusammen mit dem abgebrannten Brennstab weggeschmissen. Also ein abgebrannter Brennstab enthält dann eben sehr viel weniger Uran-235. Nicht gar nichts mehr, so ein bisschen bleibt übrig, aber er funktioniert dann eben nicht mehr für die Kettenreaktion. Der Brennstab enthält sehr viel Spaltprodukte, ist also hochgefährlich, sehr radioaktiv und er enthält nach wie vor einen Haufen Uran-238. Aber ist so ein One-Shot-Ding, also man lässt dieses Uran-235 verbrennen und dann ist es weg. Und weil wir insgesamt nicht so viel Uran-235 auf der Erde haben, hatte man sich lange so Gedanken gemacht, ob das so sinnvoll ist. Das sind diese One-Shot-Reaktoren und davon gibt es hier fünf Stück, die ich hier besprechen will. Und dann gibt es noch sogenannte Brutreaktoren, das ist also die zweite Klasse von Kernreaktoren und bei denen hofft man, dass sie mehr an Brennmaterial erzeugen, als sie im Augenblick verbrauchen. Und zwar ist es so, dass sie eine so hohe Intensität oder so einen hohen Fluss von Neutronen haben, dass man einen Teil des Neutronenflusses gar nicht braucht, um die Kettenreaktion aufrecht zu erhalten, sondern entzweicht man ab, um aus Uran-238 oder Thorium-232, also an sich Materialien, die man eben so nicht spalten kann, dass man daraus spaltbares Material erbrütet. Und zwar durch Anlagerung von Neutronen, das ist eine Reaktion, Thorium-232 plus Neutronen gibt es Thorium-233 und das macht einen Beta-Zerfall in Uran-233. Und Uran-233 ist ein Brennmaterial. Das kann man also mit thermischen Neutronen, wie es eben notwendig ist in einem normalen Reaktor, mit thermischen Neutronen spalten. Und das gleiche gilt für erbrütetes Plutonium-239, das entsteht aus der Reaktion von Uran-238 plus einem Neutronen, macht Uran-239, Beta-Zerfall zum Plutonium-239 und das wiederum ist eben ein Brennmaterial. Und da ist die Idee, diese beiden Isotope, Thorium gibt es sogar wesentlich mehr als Uran und Thorium-232 ist dieses eine Thorium-Isotop, was es auf der Erde in natürlichen Vorkommen gibt und aus dem Hauptisotop des Urans, dass man daraus eben tatsächlich spaltbare Isotope gewinnt und das wäre eben mit Brutreaktoren die Lösung der Energieversorgung der Menschheit für viele Jahrtausende. Das war der Traum. Leider funktionieren diese Brutreaktoren nicht gut und sie sind intrinsisch eben relativ unsicher. Aber jetzt erstmal eine Übersicht und wir fangen mal an mit den Grafit-moderierten Reaktoren. Das sind die sogenannten RBMK-Reaktoren, so heißen sie jedenfalls in Russland. Was das auf Russisch übersetzt, heißt, weiß ich nicht so genau, irgendwas mit Reaktor, mit Röhren oder so. Das ist hier ein funktionierendes Kernkraftwerk, das sind drei Blöcke mit je 1 Gigawatt elektrischer Leistung. Das heißt, sie machen insgesamt rund pro Block 3 Gigawatt thermische Leistung und davon kann man ungefähr 30 Prozent, je nachdem wie gut diese Dampfturbine und das ganze Design ist, also der Wirkungsgrad des Kernkraftwerkes, davon kann man ungefähr 30 Prozent in Elektrizität umwandeln und der Rest geht weg mit Kühltürmen oder mit Flüssen, die dann wärmer werden und solche Sachen. Also man kann eben leider nur rund ein Drittel bei diesen Reaktoren umwandeln in elektrische Leistung. Ja, es sind drei Stück hier, hier ist noch so eine Esse und die sind ziemlich alt. Die wurden Anfang der 70er Jahre gebaut und dieses Reaktorprinzip ist intrinsisch unsicher, denn diese RBMK-Reaktoren, die haben einen positiven Dampfblasenkoeffizienten. Die muss man sich so vorstellen, dass man da diese langen Uran-Brennstäbe drin hat, die sind ja typischerweise drei Meter lange Metallstangen und da drin ist in dünnen Röhren das Uran-Dioxid, das eigentliche Brennmaterial drin und dann sitzt das alles in so Grafitblöcken, das ist der Moderator und dann hat es in den Grafitblöcken dann auch noch so Bohrungen für das Kühlwasser, den Kühlwasser braucht man ja trotzdem. Und es ist bei diesen Reaktoren so, so ein Detail der Konstruktion, dass wenn das Kühlwasser ausfällt oder verdampft, dass dann die Kettenreaktion sogar intensiver wird. Und das war eben auch der Grund, weshalb Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Das ist einfach eine intrinsische Unsicherheit dieser sogenannten RBMK-Reaktoren. Ja, noch dazu können sie leicht brennen, weil das ganze Ding ist eigentlich ein riesiger Block aus Grafit und wenn er mit drei Gigawatt thermischer Leistung erhitzt wird, dann wird er sofort rot glühend und wenn Luft drankommt, dann brennt das Ding. Und das ist eben alles in Tschernobyl passiert. Ja, die sind also veraltet, es gibt keine Pläne, solche Reaktoren neu zu bauen, aber es sind eben in Russland hier zum Beispiel noch welche in Betrieb. Das sind also Grafit-moderierte Reaktoren. Ja, dann gibt es einen sehr häufigen Typ von Reaktor, allerdings auch ein bisschen veraltet, das ist der sogenannte Siedewasserreaktor. Und ich glaube, von den über 400 Reaktoren, die es global gibt, ist knapp die Hälfte oder ein bisschen weniger, das sind Siedewasserreaktoren. Und auch Fukushima, dieses zweite sehr große Unglück eines Kernkraftwerkes, das war eben auch ein Siedewasserreaktor. Und wie funktionieren die? Da gibt es ja auf Wikipedia dieses Bild. Also wir haben hier das Reaktordruckgefäß, das ist so ein Metallgefäß mit so einer 10 cm dicken, also Metallwandung. Und das ist also so 10 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 3 oder 5 Metern, also ein Riesenbiest. Und da drin ist dieser ganze Druck. Das steht also unter Druck. Da drin ist also Wasser. Also hier unten ist es flüssig und oben ist es dann erhitzt, da ist es verdampft. Und das ganze Ding ist also ein riesiger Stahlcontainer, in dem diese ganzen Brennstäbe drin sind. Und die sitzen in diesem Wasser drin. Und das Wasser, wenn es hier unten kalt reinkommt, das fließt dann an den Brennstäben entlang. Die sind heiß, weil da die ganze Zeit diese Kettenreaktionen abläuft. Da wird es eben einfach heiß. Das ist eine Wärmeproduktion. Und dann verdampft das Wasser. Und deswegen heißt dieses Ding Siedewasserreaktor, weil wir einen sogenannten Phasenübergang haben. Das Wasser verdampft da drin. Blubbert also. Ja, es verdampft. Und der Wasserdampf, der steht dann, also das Wasser hier, der steht auch unter Druck. Das ganze Ding steht unter vielleicht 100 Bar Druck oder sowas. Und hier haben wir eben diese Pumpe, die das kalte Wasser, was hier aus dem Kühlkreislauf wiederkommt, also da ist die Energie entzogen worden, das wird hochgepresst auf den Druck in diesem Ding hier, also 100 Bar oder vielleicht sogar höher. Es kommt darauf an, was man da realisieren kann. Das ist ein riesiger Stahlkessel. Und wenn da so ein hoher Druck drin ist, ist das gar nicht so einfach, so einen Stahlkessel zu produzieren, dass der nicht undicht wird oder sowas. Also hier drin verdampft das Wasser und der Wasserdampf, der treibt dann die Turbinen an hier. Das sind diese grünen Dinger, typischerweise haben die zwei oder drei Stufen. Es gibt eine Hochdruckturbine, Mitteldruckturbine und eine Niedrigdruckturbine. Das macht man deswegen, weil die Turbinen, wenn der Dampf sich langsam entspannt, also in der Hochdruckturbine, da fließt er rein, also in diesem Reaktortyp vielleicht mit 100 oder 150 Bar und kommt raus mit 50 Bar und dann braucht man für 50 Bar, da steckt ja immer noch viel Energie drin, dann etwas anders designte Turbine und dann gibt es noch eine Niederdruckturbine. Und schließlich läuft der Wasserdampf dann stark entspannt, sogar mit Unterdruck, weniger als ein Bar, also geringer als der Atmosphärendruck. Läuft hier dann in den Kondensor, da wird mit zusätzlicher Kühlung, das ist also zum Beispiel aus dem Fluss oder aus Kühltürmen, dann kaltes Wasser, wird der Phasenübergang rückgängig gemacht, das heißt der Wasserdampf wird wieder verflüssigt. Und das flüssige Wasser kann man dann eben mit Kompressoren dann wieder auf den hohen Druck hochpressen, aber ist dann erstmal kalt. So funktioniert das Ding. Und das hat eben diesen Wirkungsgrad, der hängt ab von der maximal erreichbaren Temperatur, die man hier in der Kernspaltung realisieren kann. Das sind, ja, also weiß ich jetzt nicht, was die so typisch machen, also ideal wären 300 Grad Celsius, aber das ist eben eine Materialfrage, ob man so einen riesigen Kessel tatsächlich auf diese hohe Temperatur und den hohen Druck hochkriegt und dann können die Turbinen da eben einen Teil der Wärmeenergie in Elektrizität umwandeln. Charakteristisch ist hier, dass wir erstens einen Vasenübergang haben, also das Wasser geht über hier in diesem Druckbehälter in der Kettenreaktion vom Flüssig nach Gasförmig und wir haben nur einen Kühlkreislauf. Das heißt, der Wasserdampf hier, der die Turbinen treibt, kommt unmittelbar aus der Kettenreaktion und das ist natürlich eigentlich nicht so gut, weil wir da eine hohe Radioaktivität haben, jede Menge Neutronen und mit diesem vielleicht leicht radioaktiven Wasser die Turbinen zu treiben, das ist eben so eine Sache. Ja, also insofern muss das alles hier in dem Sicherheitsbehälter von dem Kernkraftwerk, also das ist ein riesiger Betonklotz, in dem das alles drin ist, da muss das alles drin sein. Das ist also so ein Siedewasserreaktor. Und da gibt es eine schöne Animation hier von englischen Wikipedia, die will ich mal starten, also ich versuche mal, die dann auch in das Video einzubinden, aber hier läuft sie erst mal. Die Prozess von kreieren Elektrizität aus dem Nucleer Power beginnt mit der Splitting von Uranium Atoms in der Reaktor. Das Prozess, called Fission, produziertes Heat. In einem Boilung-Water Reaktor, das Wasser in der Nucleer Fülle ist direkt in der Nucleer Fülle in der Nucleer Vessel. Die Nucleer ist dann transferreden durch die Pipe zu den Turbinen. The spinning turbines drive the electric generator to produce electricity. After the energy from the steam is used to spin the turbines, it is drawn into a condenser where it is cooled and condensed back into water and pumped back to the reactor to be boiled into steam again. Ja, das war also so eine ganz einfache Animation, wie so ein Reaktor ausschaut. In der Realität ist das ganz erheblich komplizierter. Und hier haben wir mal so einen Querschnitt durch einen der frühen Siedewasserreaktoren aus den, ja ich glaube 70er Jahren, Mark I. Das ist ein britischer Siedewasserreaktor. Hier sehen wir so einen Querschnitt und ganz charakteristisch ist ein Torus hier unten. Also das ist ein ringförmiger, das ist also Querschnitt, das ist rotationssymmetrisch. Das ganze Ding hier, das eigentliche Reaktorgefäß ist so eine große Birne und hier unten ist so ein Torus. Und das ist der Kondensor, den ich gerade gezeigt habe. Da wird dieser abgekühlte Wasserdampf dann in Wasser wieder zurückverwandelt und dann geht es hier irgendwo über eine Frischwasserleitung, Kaltwasserleitung wieder rein, verdampft. Und hier diese relativ unübersichtliche, dünne Leitung hier, das ist dann der Frischdampf, der zur Turbine geht. Die Turbinen sind hier nicht eingezeichnet, das ist nur hier das Reaktordruckgefäß und eben hier dieser Kühlwasser, dieser Torus unten. Und das ist so ein typisches Design eines Siedewasserreaktors. Man kann ihn auch anders bauen, aber das ist so ein häufiges Design. Und in der Realität sieht das Ding so aus, das ist also eine Aufnahme, die ist schon ziemlich alt, aus den 70er Jahren hier, wie mal so einer gebaut wird. Auch aus Wikipedia hier englisch, Boiling Water Reaktor. Und hier sieht man mal, wie groß diese Biester sind. Das ist also ein Riesending. Denn hier ganz klein sieht man Menschen, die da gerade beschäftigt sind, da mit dieses Ding zusammenzubauen. Da kommt also natürlich noch das Betongebäude drumherum. Das hier ist beim Bau, da sieht man mal dieses ganze riesige Stahlgefäß, der eigentliche Reaktordruckbehälter und hier unten dieser ganz charakteristische Torus für diese Siedewasserreaktoren. Aber wie gesagt, Fukushima war auch ein Siedewasserreaktor und der eine große Nachteil ist, dass der Dampf direkt in der Kettenreaktion erzeugt wird und dann die Turbinen treibt. Das heißt, im Prinzip kann die Radioaktivität eben zu den Turbinen gelangen. Und damit hat man nicht dieses, was man immer haben will, dieses Confinement so optimal, dass man also die Radioaktivität möglichst gut abschirmt von der Umwelt in mehreren solcher Welle- oder Containment-Barrieren. Und da hat der Siedewasserreaktor ein bisschen zu wenig. Der Druckwasserreaktor ist bei weitem der häufigste Typ aller Kernkraftwerke auf der ganzen Welt. Der hat einen zweiten Kühlkreislauf. Und der sieht wie folgt aus. Also hier wieder ein Bild. Ich glaube, diesmal ist es das deutsche Wikipedia, wo das ganz gut erklärt ist. Wir sehen also hier, dass es einen zweiten Kreislauf gibt, einen primär- und einen sekundär-Kühlkreislauf. Und im eigentlichen Reaktorsicherheitsgefäß oder Behälter, also in dieser Betonhalle, die diese charakteristische Eiform hat, da haben wir also nicht die Turbinen drin. Die Turbinen sind in einem separaten Maschinenhaus hier untergebracht. Und das ist dann schon relativ gut getrennt über diesen Wärmetauscher hier von der primären Radioaktivität, also von der Kettenreaktion. Also hier haben wir wieder dieses Reaktordruckgefäß. Und der Druckwasserreaktor, so heißt er hier, also Pressurized Reactor, auf Englisch, ist der häufigste Reaktortyp. Hier haben wir also 200 oder 300 Bar, ist also eine enorme Anforderung an den Bau dieses Starrgefäßes, hatte ich geschildert. Das ist also ähnlich groß wie beim Siedewasserreaktor, hat aber nicht diesen Torus. Also diesen Kondensor, den brauchen wir da nicht. Und hier läuft das alles unter dem hohen Druck. Hier gibt es also so einen Pressurizer, also so ein Gerät, oder das ist auch ein großes Aggregat, was im primären Kühlkreislauf den Druck aufrecht erhält. Er hat also überall den gleichen Druck. Und hier wird das Primärwasser, wird hier umgepumpt. Aber das ganze Wasser befindet sich hier in einem Zustand, dass es keinen Phasenübergang gibt. Wir sind also in einem Druckbereich, in dem das Wasser nicht wirklich verdampft. Also wenn wir sogar über dem kritischen Punkt sind, gibt es ja gar keinen Unterschied mehr. Das ist egal, welche Temperatur, kein Unterschied mehr zwischen flüssig und fest. Es gibt also keinen Phasenübergang, sondern einfach nur das Medium. Hochgespannter Wasserdampf, der wird hier stark erhitzt in der Kettenreaktion. Und der heiße Wasserdampf, der wird dann im Wärmetauscher abgekühlt und die Wärme wird übergeben auf den sekundären Kühlkreislauf. Und der macht auch, ja, der macht einen Phasenübergang. Hier haben wir also flüssiges, kaltes Wasser, was eingespeist wird in diesen Wärmetauscher, verdampft dann auf die typischen 200 oder 300 Bar. Also an sich will man möglichst hohe Temperatur und hohen Druck haben. Dann ist der Wirkungsgrad größer. Und hier ist es mal gezeigt, wirklich mit einer dreistufigen Turbine, wie man es in modernen Turbinen hat. Die Turbine sitzt also alles auf einer Achse, Generator und die drei verschiedenen Turbinen. Und diese Turbinen sind mit ihren Blättern, Turbinenblättern, sind die unterschiedlich designt für die verschiedenen Druckbereiche. Also in der Hochdruckturbine wird er erstmal runtergespannt von 100, 200 oder, ja, ich glaube bis 200 Bar geht es. Wird er runtergespannt auf vielleicht 50 Bar. Dann geht es in die Niederdruckturbinen. Also das sind zwei Stück, zwei Niederdruckturbinen, die dann so designt sind, dass sie den Dampf entspannen, sogar auf Unterdruck. Und dann läuft es hier, je nachdem wie modern das Kernkraftwerk ist oder überhaupt ein Kohlekraftwerk funktioniert, ja genauso auch mit Wasserdampf, geht es runter auf 50 Millibar oder sowas. Und da wird dann der Wasserdampf mit zusätzlichem Kühlwasser so weit abgekühlt, dass er wieder zu flüssigem Wasser kondensiert. Der Phasenübergang hier flüssig-gasförmig, wird hier rückgängig gemacht, gasförmig-flüssig und das flüssige Wasser kann man dann wieder hochpressen auf den hohen Druck. Das heißt, hier haben wir schon den hohen Druck, aber kaltes Wasser und hier haben wir dann hohen Druck und eben sehr heißer Wasserdampf. Also, aber das Ganze ist eigentlich nur eine Technologie, um die Wärmeenergie aus der Kettenreaktion in die Elektrizität umzuwandeln. Also, dieser ganze Teil hier ist zwar auch interessante Physik, hat aber mit Kernphysik nichts zu tun. Das Entscheidende läuft hier. Aber das ist eben ein sogenannter Druckwasserreaktor und bei Weitem der häufigste und auch der modernste Reaktortyp. Da gibt es eben ganz viele von und zum Beispiel gibt es eine Weiterentwicklung und das ist auch ein Druckwasserreaktor und der heißt heute EPR. Wobei das ursprünglich stand, das EPR für European Pressurized Reactor. Also, da ist dieser Begriff des Kontinents, wo er entwickelt wurde, Europa mit drin. Und das finden wir hier unter Wikipedia Englisch, EPR Nuclear Reactor, finden wir allerhand Informationen darüber. Und der wurde im Ursprung, glaube ich, von einer deutschen Firma, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Siemens war, zusammen mit heute Fram Atom, also mit einer französischen Firma wurde der Reaktor entwickelt. Und charakteristisch für diesen Reaktor ist also ein Reaktor der dritten Generation. Es gibt die erste Generation, habe ich gerade gezeigt, zum Beispiel so ein Siedewasserreaktor mit diesem Torus. Das ist ein sehr alter Reaktortyp aus den 70er Jahren. Das ist die erste Generation. Dann gibt es weiterentwickelte Reaktoren, auch diese Siedewasser- oder Pressurized, also Druckwasserreaktoren, zweite Generation. Aber heute hat man mit dem EPR die dritte Generation Druckwasserreaktoren. So heißt es. Also dritte Generation ist das eigentlich state of the art, ist der modernste Reaktor. Und ganz charakteristisch ist, wie hier der neue, noch immer in Bau befindliche Reaktor in Finnland, in Olkiluoto. Ganz charakteristisch für diese EPR-Reaktoren, die europäischen Druckwasserreaktoren der dritten Generation, ist, dass sie immer in Bau sind. Es gibt ja so Dinge, die werden nicht fertig. Die werden immer gebaut und das wird immer angekündigt. Nächstes Jahr laufen sie und dann laufen sie aber nächstes Jahr immer noch nicht und auch nicht übernächstes Jahr und so weiter. Wobei, ja, so ein Beispiel ist dieser Flughafen in Berlin, es aber dann schon mal irgendwann mal fertig wird. Also der Berliner Flughafen ist jetzt, glaube ich, gerade in Betrieb gegangen mit einer beträchtlichen Verzögerung. Und für diese European Pressurized Reaktoren gilt das auch in Europa. Es gibt einen zweiten Prototypen in Frankreich, also auch die Franzosen bauen hier einen eigenen Reaktor, einen EPR-Reaktor, aber der wird auch nicht fertig. Also Stand November 2020. Ja, aber es gibt tatsächlich diesen Reaktortyp und zwar haben die Chinesen, Moment, bevor ich die nächste Folie zeige, die Chinesen haben diesen Reaktor gekauft und bauen lassen in Zusammenarbeit mit den Europäern, von den Europäern und inzwischen gibt es wohl mindestens zwei EPR-Reaktoren in China, die ans Netz gegangen sind und seit einiger Zeit tatsächlich auch Strom produzieren. Das heißt also, in China wurde diese Entwicklung von Europa dann tatsächlich umgesetzt und zum Laufen gebracht. Aber zunächst mal noch, das ist diese nächste Folie hier, möchte ich darauf eingehen, was ist denn nun der Unterschied dieser dritten Generation von der ersten und zweiten Generation. Und das sind vor allen Dingen die Sicherheitsmaßnahmen. Und da gibt es ganz viele. Und eine Sicherheitsmaßnahme, die möchte ich mal näher erklären, ein Detail dieses EPR-Reaktors. Und zwar ist das Problem, und das war in Fukushima so, dass wenn man einen Reaktor ausschaltet, dann macht der immer noch Wärme. Also der produziert immer noch Wärme. Die Kettenreaktion ist aus, es werden keine Urans mehr gespalten, aber wir haben die ganzen Spaltprodukte. Und das wird umso schlimmer, je länger der Reaktor schon in Betrieb war nach einer frischen Füllung. Weil in diesen Brennstäben wird ja mit dem Laufe der Zeit immer mehr Uran-235 gespalten und wir haben diese hochradioaktiven Spaltprodukte, sodass ein Brennstab immer radioaktiver wird, bis er abgebrannt ist. Und wenn wir jetzt einen Reaktor haben, der vielleicht nach der Füllung jetzt schon ein Jahr oder zwei oder drei Jahre, ich weiß nicht so genau, wie lange so eine frische Füllung da hält, aber jedenfalls eine lange Zeit in Betrieb war, dann ist er im Inneren hochradioaktiv. Und diese Radioaktivität erzeugt Wärme. Das ist eben im Wesentlichen ein Wetterzerfall und auch so dann Gamma-Kaskaden und Röntgenstrahlung, was da alles rauskommt, das ist ja alles Energie. Das heißt, der Reaktorkern heizt immer noch. Und das war in Fukushima eben das Problem. Der Reaktor war schon längst aus, nachdem es das Erdbeben in Fukushima gegeben hat, aber der Reaktorkern muss weiter gekühlt werden. Und dann kamen die Tsunami in Fukushima, die Reaktoren entstanden unmittelbar mehr und diese Tsunami hat die Kühlwasserpumpen und die ganze Infrastruktur um die Reaktoren zerstört, sodass die Reaktoren nicht mehr gekühlt werden konnten. Und dann werden die beliebig heiß. Und das Problem ist also, die Radioaktivität der Zerfallsprodukte, die klingt natürlich mit der Zeit ab. Und hier haben wir mal zwei Kurven, das sind zwei verschiedene Programme, speziell für Fukushima wurde das berechnet. Und da wird hier gezeigt, wie stark die Reaktorleistung abklingt nach dem Abschalten. Also Kettenreaktion ist aus und eine Sekunde nach dem Abschalten haben wir immer noch 6% Wärmeproduktion. Ja, und ich meine, das Ding produziert 3 Gigawatt thermische Leistung, 6% davon, das sind ja immer noch 9 irgendwas, also jede Menge Gigawatt, nein, nicht Gigawatt, aber 6% eben von diesen 3 Gigawatt. Und dann geht es runter, hier 10 Sekunden, eine Minute, 10 Minuten, eine Stunde, ist also eine logarithmische Skala hier. Nach einer Stunde haben wir noch 1% von diesen 3 Gigawatt. Das sind also 3 Megawatt. Das heißt, der Reaktorkern wird immer noch mit 3 Megawatt erwärmt. Und dann geht es weiter, nach einer Woche oder 10 Tagen, hier, wie viel ist das jetzt, kann man schlecht ablesen, hier 0,25. Das sind also 0,25 Megawatt, 250 Kilowatt, mit denen der Reaktorkern immer noch geheizt wird. Und der würde schmelzen, wenn man ihn nicht kühlt. Und genau das ist ja der große Horror, die Kernschmelze. Also das ist der Super-GAU. Der Kern, also diese ganzen Reaktorstäbe, das sind so Zirkoniumstäbe, in denen das Uranoxyd drin ist, und ja, also der schmilzt einfach, das ganze Material schmilzt. Und es gibt so eine Lavamasse, die sich unweigerlich nach unten, der Schwerkraft folgend nach unten bohrt. Und das ist dann der Super-GAU, weil es gibt dann Knallgasreaktionen, weil dieser geschmolzene Kern, der wird so heiß, dass das verbleibende Kühlwasser, das meiste ist ja verdampft, aber wir haben dann Wasserdampf da, bei dieser enormen Hitze, wird der Wasserdampf gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diese beiden sehr leichten Gase, also Wasserstoff, also jedenfalls das leichtes Gas, sammelt sich unter der Kuppel im Reaktordruckgefäß oder auch draußen, wenn es schon undicht geworden ist, weil natürlich der Druck viel zu hoch dann ist, in dieser Betonkuppel. Und dann kann es passieren, dass sich dieses Knallgasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff, dass das plötzlich sich entzündet und dann gibt es eine Explosion und das ist in Fukushima passiert. Dann wird das Reaktor, die Reaktorhülle, die Betonhülle zerstört und dann treten große Mengen an Radioaktivität aus, also eine Knallgasreaktion. Ja, dieses Knallgas durch den geschmolzenen Kern, das kann man auch mit Sicherheitsmaßnahmen, kann man das entschärfen. Da gibt es so eine Art, ja, mit Platin zum Beispiel, also mit Katalysatoren, die man heute bei modernen Reaktoren in der Kuppel drin hat. Da gibt es also diese, ja, das sind eigentlich Katalysatoren und die verhindern, dass sich Wasserstoff überhaupt bildet. Sobald sich Wasserstoff bildet, der Katalysator lässt den Wasserstoff dann reagieren mit Sauerstoff, aber ohne Explosion. Das heißt, dieses Knallgasgemisch wird zurückgeführt in Wasserdampf durch diesen Katalysator, genauso wie ein Katalysator in der Abgasleitung vom Auto und das Wasserstoff wird dann eben oxidiert, aber sanft, nicht mit einer Explosion. Also es wäre zum Beispiel mal eine Sicherheitsmaßnahme, die haben heute aber alle europäischen Reaktoren, auch älteren Typs, da wurden nachträglich diese Rekombinatoren, also diese Wasserstoffkatalysatoren eingebaut. Fukushima hatte die aber nicht und deswegen gab es da diese Explosion. Aber das entsteht alles in der Folge des nicht mehr gekühlten Reaktorkerns, der dann glühend heiß wird, der ist also weiß glühend, ja, und wandelt sich um in Lava, die nach unten abfließt. Ja, und das haben wir hier mal gerechnet, Nachzerfallswärme von Fukushima, römisch 1,1, das ist einer der Blöcke in Fukushima, dann wurde es konkret berechnet und hier haben wir die Nachzerfallswärme in Megawatt. Nach dem Abschalten hier, das sind Sekunden, 100.000 Sekunden bis 600.000 Sekunden, das ist ungefähr eine Woche und da sehen wir, dass das von 9 Megawatt dann nach einer Woche auf immer noch 4 Megawatt thermische Leistung abgesunken ist. Das heißt, wenn man das Ding nicht kühlt, dann schmilzt es eben und dann gibt es die Knallglasexplosionen und dann tritt sehr viel Radioaktivität, vor allen Dingen, wenn die Brennstäbe schon alt sind und sehr viel Spaltprodukte akkumuliert haben, tritt sehr viel Radioaktivität in die Umwelt aus. Also das ist der Super-GAU. Ja, also Problem dieser Reaktoren, Nachzerfallswärme und der EPR, dieser moderne Reaktor, der ist dafür designt, mit so einem Super-GAU umzugehen. Man kann sich ja überlegen, okay, wir haben zwar zig Sicherheitsmaßnahmen, jetzt also auf gar keinen Fall der Kern schmilzt, aber jetzt schmilzt er eben mal doch. Das ist ja eben ein Unfall. Es passiert etwas, womit man eben nicht gerechnet hat und was machen wir dann? Und da ist es eben so, dass der hier unten unterhalb dieses Reaktordruckgefäßes hat ja so einen Abfluss für die Lava. Und der heißt Core-Catcher, also Kernfänger. Der Kern tropft, also heiße Lavamasse nach unten, ist eine Höllenflüssigkeit, super radioaktiv, wenn man nur in die Nähe kommt, kriegt man viel zu viel Strahlung, das überlebt man nicht. Kriegt man viel zu viel Strahlung ab. Und das ist hier so gebaut, das ist hier mit Beton verschalt, der ist aber Sacrificial Concrete. Also der wird natürlich abgetragen, der Beton verträgt dieses Zeug auch nicht, der wird einfach zerstört. Aber das ist so gebaut, dass das dick genug ist, dass es für die Zeit, wo die Lava hier lang fließt, dass es da zwar zerstört wird, aber es hält so lange. Und dann wird diese Flüssigkeit, diese Lava-Höhe über eine große Fläche verteilt. Das bedeutet, die Kettenreaktion bricht ab, weil es eben so weit verteilt wird. Die meisten Neutronen treffen keinen Urankern mehr und dann ist einfach Feierabend mit der Kettenreaktion. Die ist ja hier schon aus. Aber es besteht eben die, genau, das muss ich vielleicht noch sagen, wenn der Kern schmilzt und sich hier unten sammelt, dann kann die Kettenreaktion wieder angehen, weil eben die kritische Masse überschritten wird, mit oder ohne Moderator. Und dann geht das wieder los, dann produziert da wieder Hitze. Deswegen dieses Bemühen, ihn möglichst weit zu verteilen. Und dann kann man passiv kühlen, indem man also Wasserreservats hat in einer bestimmten Höhe, wo wir jetzt, nehmen wir an, wir haben keinen Strom mehr. Wir können also noch nicht mal Wasser zum Kühlen reinpumpen. Und das Ding hat also, der EPR hat also Wasserreservats in einer bestimmten Höhe, da muss man nur von Hand zur Not oder irgendwie mit dem Roboter ein Ventil aufdrehen und dann wird das ganze Ding hier mit Wasser geflutet. Also passive Kühlung nennt man das. Eine Kühlung, die auch dann noch funktioniert, wenn kein Strom mehr da ist. Und das war in Fukushima so, die hatten keinen Strom mehr, da ging gar nichts mehr. Aber diese Dinger hier, diese modernen EPRs oder die modernen Druckwasserreaktoren, die haben eben diese passive Kühlung. Das heißt immer noch nicht, dass man alle Unfälle, man hat nie alle Unfälle, alle Möglichkeiten einer Katastrophe verabgefangen. Aber zumindest die bekannten Unfälle, da kann man ja vorsorgen. Und der EPR hat eben sehr viel mehr Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel diesen Core-Catcher. Gut, und in China wurde also der europäische Reaktor dann tatsächlich umgesetzt. Das sind hier zwei Reaktorblücke und ich glaube, die wurden zum Teil eben von den Franzosen wirklich auch gebaut. Das ist der Reaktor in Taishan. Das sind zwei Reaktoren, wie man hier sieht, die sind baugleich und das ist der EPR in der Realisierung. Und ich habe hier mal ein Diagramm von der entsprechenden Wikipedia-Seite runterkopiert. Wir sehen hier, dass also China durchaus plant, ungefähr, das hatte ich schon im ersten Teil dieser Vorlesung erwähnt, sechs bis acht Kernkraftwerke pro Jahr zu bauen und ans Netz gehen zu lassen. Und wir sehen hier die Zunahme der elektrischen Leistung in Terawattstunden durch Kernenergie zwischen 2014 und 2019 hat sich also ungefähr verdreifacht. Da werden also massiv in China neue Kernkraftwerke gebaut. China investiert in alle Arten der Stromerzeugung, auch in Solarenergie und in Windenergie, aber auch in neue Kohlekraftwerke und in neue Kernkraftwerke. Ja, ich habe hier auch noch mal einen kleinen Film. Ich hoffe, dass das vom Urheberrecht her geht, sonst muss ich ihn eben rauslassen. Dann müsste aber jeder, der diese Vorlesung hier anschaut, vielleicht selber auf diesen Link hier drauf drücken. Das ist Xinghua Video Hualong One Movie. Und Hualong One, das ist der Name eines Druckwasserreaktors, den die Chinesen wahrscheinlich basierend auf dem Know-how von dem EP her selber weiterentwickelt haben. Und dieses Video, das zeigt ein bisschen, was da in China passiert. Also die Leute reden da zum Teil Chinesisch, obwohl im Hintergrund wird es auf Englisch übersetzt. Ist aber ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich habe dieses Video eingebaut, erstens um zu zeigen, wie groß diese Reaktoren sind. Die sind gigantisch, also die da in China gebaut werden und auch was für Menschen das sind, die da dran arbeiten. Und dass in China so die Leute mit Rikschas in armen Holzbambushütten sitzen, das ist also wirklich lange vorbei. Da ist im Augenblick eine enorm starke Entwicklung unterwegs und das ändert sich praktisch jedes Jahr. Da entsteht was Neues in China. Ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da ist die Kerntechnikentwicklung neuer Reaktoren nur ein Beispiel. Das ist die Frage. Das heißt, es ist ein Grunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Hualong-One, hier ist ein Diagramm auch von Wikipedia über die Kühlkreisläufe. Wir haben also passive Kühlkreisläufe, das sind diese grünen Linien hier und wir haben aktive Kühlkreisläufe, die funktionieren, wenn man noch Strom hat. Ja, und alle möglichen Kühlkreisläufe, um eben diesen Reaktor dann auch noch zu kühlen, wenn es zur Katastrophe gekommen ist. Ja, und hier auch eine schöne dreidimensionale Darstellung von dem selben neueren chinesischen Reaktor. Wir haben hier das Reaktordruckgefäß, ist also alles riesig, hier sind leider zum Vergleich keine Personen eingezeichnet, aber ist alles gigantisch. Und hier haben wir, ich lese es mal vor, Primary Coolance System, also das ist nur das primäre Kühlsystem des Druckwasserreaktors. Und da gibt es eben Wärmetauscher und dann geht es raus zu den Turbinen, die sind hier nicht eingezeichnet. Das ist also nur das Primärkühlsystem, showing a reactor pressure vessel, also das ist der eigentliche Reaktorbehälter hier. Steam Generators, hier wird also der Wasserdampf erzeugt, das sind die Wärmetauscher und das sind drei Stück, der hat also drei unabhängige Primärkreisläufe. Und Pressurizer, das ist Blue, das ist dieses Ding hier, das dient also dazu, den Druckkonstanz zu halten für den Primärkreislauf. Und die Pumpen, das sind diese grünlichen Objekte hier, in the three Coolant Loop Hualong One Design, also mit den drei Primärkühlkreisläufen. Also das ist das Design dieses Druckwasserreaktors, der dritten Generation immer noch, der neuen Entwicklung in China, was ich gerade eben im Video gezeigt habe. Ja, und dann gibt es noch mal einen ganz alten Reaktortypen, wir waren jetzt also in der dritten Generation hochmodern, der Druckwasserreaktoren. Aber es gibt auch noch relativ neue Reaktoren, die sogenannten Schwerwasserreaktoren. Die sind aber vom Prinzip her sehr alt und ein Stichwort ist Kandu-Reaktoren. Das findet man ganz oft im Netz, Kandu-Reaktoren, das heißt Kanada, Deuterium und Uran. Das ist ein Kunstwort, Kandu, also Kanada, Deuterium, Uran und das sind sogenannte Schwerwasserreaktoren. Und da haben wir auch welche in China, China hat die auch relativ neu gebaut, ich glaube die stammen aus dem neunten, ne, hier haben wir es seit 2002, 2003. Die haben da auch dieses Reaktorprinzip, ist ein anderes Reaktorprinzip, ein Schwerwasserreaktor, haben sie eben auch gebaut und die sind in Betrieb. Hier sehen wir also zwei Blöcke, die sind unabhängig voneinander, in Quinshan. Also auch auf der englischen Wikipedia-Seite findet man da, hier habe ich auch noch mal den Link gezeigt, unter Englisch Wikipedia Kandu-Reaktor. Und da gibt es einen Haufen Informationen, was das für ein Reaktortyp ist. Und die Kühlung ist also im Primärkreislauf nicht mit H2O, sondern mit D2O. Also statt des Wasserstoffs wird Deuterium, das ist ein Wasserstoffisotop verwendet, ist also auch immer noch flüssiges Wasser, aber ist ein bisschen schwerer als normales Wasser, weil der Wasserstoff gegen Deuterium sein doppelt so schweres Isotop ausgetauscht wurde. Und Deuterium hat als Moderator den großen Vorteil, dass es keine Neutronen wegfängt. Also das Leichtwasser, die sogenannten Leichtwasserreaktoren, das ist eben der Siedewasserreaktor und der Druckwasserreaktor, die werden ja mit Wasser gekühlt, aber das normale Wasser ist eben auch der Moderator. Aber dieser Moderator, das sind die Protonen, die Atomkerne des Wasserstoffatoms, die reagieren ab und zu mit einem Neutron zu Deuterium. Also das Wasser fängt ein paar Neutronen weg. Das heißt, in einem Leichtwasserreaktor sind diese Neutronenverluste größer dadurch, dass man eben Wasser verwendet. Wenn man Deuterium verwendet, chemisch das gleiche wie Wasser, da hat man nicht diese Verluste. Das heißt, diese Kandureaktoren oder Schwerwasserreaktoren, die können mit niedriger angereichertem Uran funktionieren. Die gehen also sparsamer mit den Neutronen um. Und sie können sogar Natururan verwerten. Und das hatten die Kanadier damals, die haben das als erste entwickelt, die hatten das Problem, dass sie irgendwie nicht vernünftig anreichern konnten. Und deswegen haben sie diesen Reaktortyp entwickelt. Da brauchen wir halt einen Haufen schweres Wasser, das ist jetzt nicht so ganz billig. Aber dieser Reaktortyp läuft eben mit Natururan. Und das ist erstmal billiger. Vor allen Dingen, wenn man gar kein angereichertes Uran hat. Damit geht es. Die sind also einfach, die brauchen, die haben geringere Neutronenverluste und deswegen muss ich nicht zu hoch anreichern. Denn man kann sie auch natürlich anreichern, das Uran, da gehen sie genauso gut. Aber sie laufen eigentlich auch mit Natururan. Verwerten aber trotzdem nur das Uran-235. Das ist dann eben ziemlich stark verdünnt in solchen Reaktoren. Die sind natürlich auch sehr groß. Dann müssen sie einfach größer sein, damit man noch genug Uran-235 hat. Damit so ein Neutronen nach der Moderation, also sie werden eben mit Deuterium, also mit D2O moderiert, damit so ein Neutronen dann trotzdem noch Uran-235 findet, bevor es das Volumen verlässt, müssen diese Reaktoren dann größer sein. Aber nur ein bisschen größer. Also sie sehen eigentlich nicht so viel anders aus als normale Siedewasser- oder Druckwasserreaktoren. Also ich wollte es mal erwähnen. Die gibt es auch. Das waren die Typen von diesen Uran-235 normalen Reaktoren. Und jetzt will ich zum Schluss noch kurz auf drei Typen von Brutreaktoren eingehen. Und der erste Reaktor ist ein sogenannter Thorium-Reaktor oder auch Hochtemperatur-Reaktor. Und der wurde, achso, vielleicht erstmal das Prinzip, weshalb man überhaupt Thorium-Reaktoren bauen will, das liegt daran, dass Thorium so viel häufiger ist auf der Erde als das Uran. Und zwar haben wir hier die Häufigkeit der chemischen Elemente von Wikipedia. So, und da gibt es jetzt verschiedene Häufigkeitstabellen, nämlich erstens Häufigkeit im ganzen Universum, da ist Wasserstoff und Helium am häufigsten. Dann Häufigkeit auf der Erde zusammen mit der ganzen Kugel, also mit dem Erdinnern. Ja, da haben wir wieder andere Werte, aber Wasserstoff und Helium gibt es auf der Erde so gut wie gar nicht, außer in den Meeren. Da wäre also Wasserstoff, Helium ist dann Null und Wasserstoff ist auch nahe bei Null, wenn wir diese Häufigkeit betrachten für die ganze Kugel. Und dann gibt es auch noch die Häufigkeit in der Erdkruste. Und in der Erdkruste, da haben wir auch wieder ein bisschen andere Verhältnisse. Jetzt jedenfalls hier Erdkruste, das ist ja relevant für die Lagerstätten, die uns zugänglich sind. Da haben wir also hier die Häufigkeit und entscheidend ist diese Spalte hier. Und da haben wir zum Beispiel Gold. Gold hat eine relative Häufigkeit von 0,2 auf dieser Skala. Ich glaube es sind 0,2%. 0,2 mal 10 hoch 0, also mal 1. 0,2. Gold ist also selten, weil das geht hier, weiter oben sind die Häufigeren. Das hier ist das Ende der Tabelle bis zum Uran, das ist nach Gewicht sortiert und das Feierabend. Oben sind also die Häufigeren Elemente, die habe ich hier jetzt nicht drin. Das sind also nur die am Schluss der Tabelle, die sowieso dann auch ganz selten sind. Sie sind schwer und selten. Also Gold ist selten, aber Quecksilber ist auch nicht so viel häufiger, ist auch viel billiger. 0,4 und Thallium ist sogar seltener als Gold. Thallium ist Schwermetall, aber Thallium ist viel billiger als Gold. Und Thallium glänzt eben nicht. Und das Besondere am Gold ist eben, dass es glänzt und deswegen ist es so teuer. Es ist nicht die Seltenheit. Da müsste Thallium eigentlich auch selten sein. Thallium ist außerdem noch giftig. Und Blei ist 4 mal 10 mal 1. 0,2 ist also 8 mal so häufig. Ne, viel mehr. Was sind das? 5 mal 4. Also 20 mal häufiger als Gold. Also Blei ist eben viel häufiger als Gold. Das würde man dann verstehen, dass es eben billiger ist. Aber es glänzt auch nicht so richtig. Okay, dann haben wir hier Thorium und Uran. Uran hat eine relative Häufigkeit, ganz ganz selten, von 0,026. Aber Thorium, Thorium 232, von 0,058. Das ist also ein bisschen mehr als ein Faktor 2 häufiger Thorium. Und deswegen sind bestimmte Länder sehr an solchen Thorium-Brutreaktoren interessiert. Man kann also dann mit Plutonium oder mit Uran 235 einen Reaktor betreiben. Der muss dann aber sehr sorgfältig mit den Neutronen umgehen, weil ich muss einen Teil, also etwa ein Neutron, von dem Spaltprozess abzwacken, um dann aus dem Thorium 232, Uran 233 zu erbrüten. Es müssen also Reaktoren sein, die sehr, sehr sorgfältig mit den Neutronen umgehen. Ja, und das ist vor allen Dingen Indien. Wir haben einen sehr schönen Artikel von der BBC, das ist der Link hier, das findet man eben im Netz. Kann man lesen. Von einem Autor hier, Eddie Jent vom 18. Oktober 2018. For decades, India has planned to fuel a carbon-free future, also das Klimaschutz, with its thorium-rich sands. Also die haben hier diese Küsten in Indien und das ist thoriumreich. Die sind ja radioaktiv, wenn man da in der Sonne liegt, dann denkt man, oh Gott, wie gesund ist das jetzt. Aber die sind eben ein bisschen radioaktiv, diese Sande, weil die einen hohen Anteil an Thorium enthalten. So, Thorium, wie gesagt, im Brutreaktor kann ich das zu einem Brennmaterial umwandeln. Und hier wird die Frage gestellt in der Artikelüberschrift, is the country any closer to reaching its goals? Also sind die wirklich dabei, solche Brutreaktoren zum Funktionieren zu bringen? Die funktionieren nämlich noch nicht so richtig. Ja, das ist also in Indien und hier ist die Idee und eine Möglichkeit sind diese Grafitkugeln. Und das war so eine Idee aus Deutschland. In Jülich wurde das entwickelt. Das sind also Tennisball, hier ist ein Tennisball, große Grafitkugeln, in denen das eigentliche Brennmaterial, also Uran-235 zum Beispiel, eingeschlossen ist. Und hier ist also Grafit der Moderator. Die laufen bei sehr hohen Temperaturen, Hochtemperaturreaktor und die können eben auch mit Thorium laufen. Also Thorium dann zu einem spaltbaren Material umwandeln, weil eben das ganze Reaktorprinzip eben sehr sorgfältig mit den Neutronen umgeht. Wir haben also kein Wasser, was einen Teil der Neutronen wegfängt, sondern Grafit. Und Grafit hat ja diesen bei RBMK-Reaktoren diesen Nachteil, dieses positiven Dampfblasenkoeffizienten. Also genau gesagt ist das verboten in der westlichen Welt sowas zu verwenden. Und das hat aber ein anderes Kühlprinzip. Das kühlt nicht mit Wasser, sondern es kühlt mit Helium. Also hier wieder die Trennung von Moderator und Kühlmittel. Kühlmittel ist das Helium, also Gas, kann beliebig heiß werden. Und der Moderator ist Grafit. Und hier können wir Temperaturen von 1000 Grad oder so realisieren, wenn wir denn die entsprechenden Stahlmaterialien für das Druckgefäß haben. Wir müssen das natürlich aushalten, aber das geht heute. Und damit kann man mit sehr hohen Temperaturen arbeiten. Und für alle Physiker, die wissen, dass der Carnot-Wirkungsgrad, also die prinzipielle Grenze des Wirkungsgrades, die skaliert mit der Temperatur, mit der hohen Temperatur einer Dampfmaschine. Und je höher die Temperatur ist, umso höher ist auch der Wirkungsgrad. Hier können wir also viel höhere Wirkungsgrade realisieren, im Prinzip. Oder man kann so einen Hochtemperaturreaktor mit Heliumkühlung sogar dazu verwenden, direkt Wasser zu spalten. Und dann hat man eine Wasserstoffquelle. Das heißt, die Wärmeenergie aus der Spaltung wird umgewandelt in chemische Energie in der Form von Wasserstoff. Und Wasserstoff ist natürlich ein sehr sauberer Energieträger, zum Beispiel in Kombination mit Brennstoffzellen. Das war der Traum dieser Entwicklung hier. Also das ist der Kugelhaufenreaktor. Hier sind lauter Kugeln drin, hat aber dann einen Haufen technische Probleme. Und da war auch die Idee, dass man die kontinuierlich nachfüllen kann. Also von oben plumpsen da immer frische Kugeln, die also noch Uran-235 oder eben Uran-233 enthalten hier. Und dann plumpsen die hier raus. Und die muss man chemisch aufbereiten. Und da kann man das erbrütete Uran-233, das kann man zum Beispiel extrahieren. Oder der Reaktor läuft dann auch gleich mit Thorium. Also nicht mit dem Thorium, sondern mit dem erbrüteten Uran-233. Das ist die Idee des Hochtemperaturreaktors. Und diese Hochtemperaturreaktoren, die sind eigentlich relativ klein vom Design her. Da reicht, wenn Sie nur 200 Megawatt statt dieser 3 Gigawatt, statt 1 Gigawatt elektrischer Leistung haben, dann ist der Reaktor so klein, dass er auch, wenn er gar nicht mehr gekühlt wird, also Heliumkühlung fällt aus, dann wird er zwar weiß gelüht, er läuft auf 1200 Grad oder 1300 Grad hoch, es ist weiß gelüht, aber er ist so gebaut mit so einem Grafittding, dass da nichts schmilzt. Es gibt keine Kernschmelze in diesen Reaktoren. Die passive Kühlung, also das Abstrahlen einfach nach außen hier, das genügt als Kühlung, weil er eben so unglaublich heiß wird. Also das ist das Theorophil-Gesetz, wenn irgendwas heiß wird, es muss nur heiß genug werden, dann kann ich auch hunderte von Megawatt an Strahlung abkühlen, indem ich einfach thermische Strahlung ausnutze. Ich brauche also gar keine Kühlung mehr. Es wird einfach weiß gelüht, ist aber aus Materialien, die die Weißglut vertragen, nicht schmelzen, nicht das Confinement brechen und einfach die Wärme abstrahlen nach außen über diese riesige Strahlungsleistung. Das heißt, im Fall des Supergaus wird dieser ganze Bereich weiß gelüht. Und das hat man ausprobiert. In China werden solche Reaktoren gebaut oder sagen wir mal, sie werden entwickelt und sie vertragen es, dass sie also beliebig heiß werden. Also man lässt die Kettenreaktion aktiv laufen. Die geht dann allerdings aus durch die enorme Hitze. Das hat was mit diesen Resonanzen zu tun, die ich im Wirkungsquerschnitt gezeigt habe. Kettenreaktion geht also auch von selber aus wie im Druckwasserreaktor, wenn die Kühlung ausfällt. Aber er kann eben ganz ohne Kühlung überleben. Also es schmilzt nichts in diesen Reaktoren. Die sind aus Grafit dann im Wesentlichen. Ja, das ist die Idee und hier habe ich auch ein kleines Video. Da wird so ein Hochtemperaturreaktor in China gebaut. Und ich werde das jetzt einkoppeln in dieses Vorlesungsvideo hier. Ich hoffe, das geht von den Rechten her. Und da wird man sehen, dass da einer der Leute dann so eine kleine Grafitkugel in der Hand hält. Auch hier ist das Englisch ein bisschen schwer zu verstehen. Aber man sieht, dass die Chinesen auch solche kleineren, das sind kleinere Reaktoren vom ganzen Prinzip her. Die laufen mit 200, 300 Megawatt, also nicht Gigawatt, sondern Megawatt elektrischer Energie. Aber sie sind intrinsisch sehr sicher. Und es ist die vierte Generation. Die Chinesen arbeiten also hier an der Entwicklung der vierten Generation von Kernkraftwerken. Die sind aber nicht so groß. Da braucht man dann eine ganze Menge, wenn man eine Großstadt versorgt. Schi Zaubei, an der Eastern tip of the Shandong Peninsula. A nuclear power plant using fourth-generation technology is taking shape. Es ist China's first with independent intellectual property rights. He Yunsheng began his career in the nuclear industry in 1985. Now, he ist in charge of this national pilot program. An obvious feature of the fourth-generation nuclear reactor is the intrinsic safety of the fuel elements, which are covered by silicon carbide particles. It will not result in radiation leakage because of the passive cooling system. Unlike the second- and third-generation reactors, the fourth will not experience a nuclear meltdown. construction of the Shidaobei power plant started in December 2012. With a designed capacity of 200 megawatts, it will start generating power at the end of 2017. The design involves two reactors and steam generators and one turbine generator. Generation 4 nuclear technology can enhance power generation efficiency and is much safer. Its multifunctional nature will further increase the proportion of clean energy in China. It can also bring power generation to public heating services. The reactor is gas-cooled using helium. This removes heat from fuel pebbles in the reactor's core and starts the steam generators. This is the core of the high-temperature gas-cooled nuclear reactor. Once completed, over 400,000 fuel pebbles like this will be put inside to produce a temperature as high as 750 degrees Celsius. The design involves four protection layers to avoid radiation leakage. He Yunsheng says Chinese scientists have worked on the reactor's safety features since the 1970s. However, even with the current high standards, he believes there's still room for improvement. The main challenge is to improve its economic efficiency. What we are doing now is a pilot program. More efforts should be done in the near future to optimize the design so that we can compete with other types of nuclear power plants. I believe we have that potential. The whole project at Shidao Bay is estimated to be completed in 2024, when the plant's capacity will be 40 times higher than that of next year. But then Mr. He will be approaching retirement. After a lifetime of work in the nuclear industry, he says his only hope that the technology continues to be used safely. Meng Qingsheng, CCTV, Rongcheng, Shandong Province. Yeah, noch zwei Reaktoren sind übrig. Ich habe schon wieder 45 Minuten geredet. Und zwar einmal der Flüssig-Salz-Reaktor und dann der schnelle Brüter. Was ist denn ein Flüssig-Salz-Reaktor? Ja, das ist hier das Bild, finden wir auch auf Wikipedia. Hier ist irgendwo der Link angegeben. Englisch ist Wikipedia. Molten, also geschmolzen, Molten-Salt-Reaktor. Und der arbeitet mit flüssigen Brennstäben. Aha, es ist eine Flüssigkeit. Und zwar das Uran wird gelöst in einem flüssigen Salz. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was für Salze man nimmt. Im Prinzip ist es aber hier dieses gelbe Feuch hier, was da in diesen Rohren unterwegs ist, also hier nicht, das ist der Sekundärkreislauf, aber im Primärkreislauf ist das, was da im Kreis läuft, das Kühlmittel, ist das Brennmaterial. Also das ist eine Flüssigkeit, in der befindet sich Uran oder Plutonium in irgendeiner günstigen chemischen Verbindung. Und als primäre Flüssigkeit hat man irgendein Salz. Also auch Kochsalz, wenn ich das heiß genug mache, dann wird es flüssig. Dann ist es eine Flüssigkeit. Also nicht gelöst im Wasser. Wasser verdampft da sofort bei den Temperaturen. Aber wenn ich Kochsalz auf ein paar hundert Grad erhitze, dann wird es eine Flüssigkeit. So, das heißt, diese Flüssigkeit hier, die wird von diesen Pumpen umgepumpt. Und da kann ich, also der hat diverse Vorteile. Also erstmal funktioniert er, also habe ich, also ein Argument, warum der Flüssigsalzreaktor so gut ist, ist, der kann keine Kernschmelzer haben, weil der Kern sowieso schon geschmolzen ist. Das ist erstmal ein bestechendes Argument, aber irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber hier ist zum Beispiel die Idee, wenn es zum Umfall kommt, mache ich hier dieses Ventil auf und die ganze Höllenflüssigkeit fließt hier ab in solche Dump-Tanks. Also das sind Abfalltanks, da verteilt sich das ein bisschen, sodass also die Kettenreaktion abbricht. Ähnlich wie der Core-Catcher. Dann lasse ich das einfach nach unten über die Gravitation abfließen. Ja, und dann habe ich hier ein Chemical Processing Plant, da kann ich also die ganze Zeit die Zerfallsprodukte extrahieren. Weil ein Problem der Zerfallsprodukte, nicht der Zerfallsprodukte, der Spaltungsprodukte, also Urankern wird in zwei Hälften gespalten und die Spaltung ist ja asymmetrisch. Ich kriege also jede Menge verschiedene Isotope, die alle so eine Masse haben, zwischen 90 bis 120 A. Also A, das ist die Zahl der Nukleonen. Also alle möglichen Nukleide, die da sich versammeln im Laufe der Zeit, werden das immer mehr und die fangen Neutronen weg. Und es geht immer um die Neutronen-Bilanz, weil mit diesem Reaktor kann ich eben auch erbrüten. Der läuft auch mit Thorium. Also ich kann hier die Spaltprodukte rausfiltern, dann wird die Radioaktivität auch geringer und dann das Purified Salz, also zusammen mit dem eigentlichen Brennmaterial, hier wieder reinbringen. Ich kann also die ganze Zeit hier kontinuierlich Zerfallsprodukte rausfiltern und dann habe ich wieder eine günstige Neutronen-Bilanz. Ich habe Neutronen über, um damit brüten zu können. Das ist also auch ein Brutreaktor. Ja, und der kann eben auch bei sehr hohen Temperaturen laufen, damit kann man auch direkt Wasserstoff erzeugen oder wir haben hier eben einen primären, also das ist der primäre Kreislauf, das ist kein Kühlkreislauf, sondern es ist ja das Brennmaterial selber, was da zirkuliert. Dann haben wir einen sekundären Kreislauf hier zum Abtrennen und dann den eigentlichen mit Wasserdampf dann betriebenen Kreislauf für die Dampfturbinen. Ja, und auch dieses Ding eben, ein Brutreaktor und eben in der Lage, sehr hohe Temperaturen zu erreichen und damit hohe Wirkungsgrade. Also es ist so ein Traum, ein solcher Molten-Salt-Reaktor, ob der irgendwo realisiert wird, das weiß ich nicht, hier müsste man mal diesen Artikel durchlesen, ist auf jeden Fall eine Idee, die viel diskutiert wird, auch ein Reaktor der vierten Generation. Und dann vielleicht noch den schnellen Brüter hier, den schneller Brüter fällt mir immer sofort Kalkar ein, weil da war in Deutschland mal einer im Bau, in der Entwicklung, das wurde aber aufgegeben. Es ist ein sehr unsicherer Reaktor, zumindest aus meiner Sicht. Die Idee ist, und deswegen heißt es schneller Brüter, dass wir mit schnellen Neutronen arbeiten. Das ist also ein Reaktor, der keinen Moderator verwendet. Moderator heißt immer schlechter, werden Neutronen weggefangen, wir wollen ja brüten, wir brauchen mehr Neutronen. Und wenn wir auch noch mit schnellen Neutronen spalten, und zwar Plutonium 239, ist also Plutonium-Reaktor, das muss ich aus Uran 238 erbrüten, aber wenn ich das mit schnellen Neutronen spalte, dann kommen im statistischen Mittel 3,16 Neutronen dabei raus. Ja, also das sind die meisten Pumpen-Neutronen. Also bei der Spaltung pluppen zwei Hälften auseinander und es kommen mehr als drei Neutronen im statistischen Mittel raus und ein Neutron kann ich da ohne Probleme bei so einem Reaktor dann für das Brüten verwenden. Es ist also ein Brut-Reaktor. Er läuft mit Plutonium, das ist ein sehr gefährliches Material, das eignet sich eben auch dazu Atombomben zu bauen und deswegen hat man glaube ich diese Technologie aufgegeben, ein schneller Brüter. Ich glaube allerdings, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass in Japan oder irgendwo auf der Welt so ein Reaktor durchaus noch als Forschungsreaktor betrieben wird. Aber das ist jedenfalls eine Idee gewesen, die man im Großen und Ganzen wieder aufgegeben hat. Den Superphönix gab es genau auch, ein schneller Brüter in Frankreich, aber auch der wurde aufgegeben, der hatte zu viele Betriebsprobleme und Sicherheitsprobleme. Also ein schneller Reaktor, weil er mit schnellen Neutronen spaltet. Ja, das, ich habe es jetzt alles mal erwähnt, wenn man sich für schnelle Brüter oder diese Molten-Salt-Reaktoren, Füssig-Salz-Reaktoren interessiert, muss man die Spezialliteratur dazu lesen. Ich habe jetzt schon wieder 50 Minuten geredet, nur in einer kurzen Übersicht über Reaktoren. Ganz kurz zur Endlagerung. Auch darüber könnte man schon wieder zweimal 45 Minuten eine Doppelstunde verbringen. Nur das Endlager-Problem. Also die Spaltfragmente, wenn der Brennstab, wenn der abgebrannt ist, enthält er sehr viele Spaltfragmente, ist absolut hoch radioaktiv. Also fünf Sekunden in der Nähe eines solchen Brennstabes bedeutet, man bekommt eine tödliche Dosis ab. Neutronenreich, Beta-Zerfall, Gamma-Emissionen, Röntgenstrahlung, Lagerung bis 500 Jahre. Ja, die klingen also ab. Wenn man nur Spaltfragmente hat, die haben relativ kurze Halbwertszeiten, da genügt eine Lagerung über 500 Jahre. Das mag ja lange erscheinen, aber gegenüber dem, was man wirklich mit dem hoch radioaktiven Müll machen muss, ist es kurz. Denn wirklich lagern muss man die aus den heutigen Reaktoren abgebrannten Brennstäbe 100.000 Jahre. Und das liegt aber nicht an den Spaltfragmenten, sondern hier dran. Es entsteht immer Plutonium durch so eine Brutreaktion aus Uran-238. Auch in den normalen Reaktoren. Man will das gar nicht haben, aber da nun so viel Uran-238 da drin ist, ja bei Weitem das meiste Uran, geschieht immer das, dass Uran-238 durch Neutronen einfach zu Uran-239 wird. Das macht ein Beta-Minus-Zerfall zu Neptunium. Das hält aber nur 23 Minuten. Ne, das Uran-239, 23 Minuten in Neptunium. Atomion auch. Nur 2,3 Tage Halbwertszeit. Beta-Zerfall in Plutonium. Und das Plutonium hat 24.000 Jahre Halbwertszeit. Und das muss 100.000 Jahre gelagert werden, bis es dann endlich zerfallen ist. Also bis die Radioaktivität auf das natürliche Niveau, also nicht auf Null, das dauert ja unendlich lange, aber auf ein Niveau, was dann nicht mehr belanglos niedrig ist. Das dauert 100.000 Jahre. Es liegt also am Plutonium, dass man Atommüll so lange lagern muss. Ja, und es ist nicht nur Plutonium, sondern insgesamt gibt es noch mehr Transurane, also Elemente, die schwerer sind, mit höherem Z als das Uran. Z größer als 92, das ist zum Beispiel Plutonium 239, aber es gibt noch schwerere. Und die entstehen durch weitere Neutroneneinfangreaktionen. Also nur der Begriff Transurane, damit der klar ist, es sind alle Elemente mit Z größer 92. Dann gibt es noch Actinoide, auch ein Begriff, der häufig vorkommt, aber das ist auch wieder nur ein Name für dieses Plutonium 239 und schwerere Plutoniumselemente jenseits des Actiniums. Und das ist ein Z-Bereich, Ordnungszahl von 89 bis 103. Das ist aber inklusive Uran und Plutonium. Ja, 89, Plutonium ist ja, Uran ist ja 92. Also Actinoide umfassen eigentlich alle radioaktiven Elemente mit den einigermaßen noch langen Halbwertszeiten, also im zigtausende Jahre Bereich. Wenn wir zu Elementen gehen, mit Z größer als 103 sind die Halbwertszeiten typischerweise ganz kurz. Das spielt dann erstmal keine Rolle, nur für die Forschung. Ja, das ist also ein Sammelbegriff für all diese radioaktiven Schwermetalle. Endlagerkonzepte, da gibt es verschiedene, also zum Beispiel, ich glaube Finnland oder Schweden propagiert Granit, der ist aber nicht wasserdicht, da tropft es überall. Dann gibt es Opalinus-Zonen-Konzept aus der Schweiz, das ist eine wasserdichte Schicht und wasserdicht ist für die Endlagerung ganz wichtig, weil das Grundwasser im Prinzip von so eingelagerten Atommüll, meinetwegen in Fässern, die rosten dann und so weiter, da kann das Grundwasser die Radioaktivität in die Biosphäre transportieren. Deswegen sollte eine Endlagerung, also ein Tiefenkonzept in ein paar hundert Meter Tiefe, immer Schichten umfassen, die wasserdicht sind, damit da kein Grundwasser drankommt, weil das transportiert. So, Granit ist also eigentlich nicht so besonders wasserdicht. Der Opalinus-Ton ist selbstabdichtend, wenn man da einen Riss hat durch den Erdbeben oder so und es fließt Wasser rein in diese Lagerhallen, wo der Atommüll gelagert ist, dann würde der Opalinus-Ton durch das Wasser aufquellen und sich selber abdichten. Das ist also eigentlich eine bessere Idee als der Grafit. Und dann gibt es noch die Salzstöcke in Deutschland, da ist aber auch umstritten, inwieweit die nun wirklich wasserdicht sind. Also ein Problem ist auch, dass der radioaktive Müll, wenn man den da in größeren Mengen lagern will, über so lange Zeit, der produziert Wärme und die muss abtransportiert werden, also durch Wärmeleitfähigkeit des Gesteins. Gut, das sind Endlagerkonzepte. Also auch eine Menge interessante oder jedenfalls wichtige Physik, aber führt viel zu weit. Thorium vielleicht als Stichwort, Endlagerungsproblematik erheblich geringer. Das ist noch ein wichtiger Pluspunkt für diese Hochtemperaturreaktoren, die mit Thorium laufen können. Denn wenn wir ein Thoriumreaktor, also mit Uran 233 läuft er dann ja eigentlich, wenn wir das betreiben, da gibt es keine Transurane. Also diese Dinger hier, die bilden sich nicht, weil diese Reaktionen gibt es nicht, weil es ist kein Uran 238 in einem Thoriumreaktor. Also die ganze Problematik dieses Plutoniums mit diesen langen Lagerzeiten, die existiert für Thoriumreaktoren nicht und der Müll, der muss nur entsprechend den Spaltfragmenten hier 500 Jahre gelagert werden. Die ist immer noch ganz lange, aber ich will es nur sagen, also der Thoriumreaktor ist deswegen auch attraktiv, weil die ganze Lagerproblematik ist erheblich geringer. Ja und dann gibt es noch die Idee der Transmutation. Das haben einige Physiker, die sich gut mit Beschleunigern auskennen, haben das aufgebracht. Man könnte, also wenn man so hochradioaktiven Müll hat, also Plutonium ist da drin und Gott weiß was nicht alles, den könnte man einfach in den Zielbereich eines Teilchenbeschleunigers stellen und mit Neutronen beschießen. Das macht man über so eine Reaktion mit einem Protonenstrahl. Also Protonen kann man gut auf Gigaelektronenvoltenergien, also sehr hohe Energien beschleunigen, mit einem Linearbeschleuniger. Dann hat man Bleitargets und da kommt jede Menge durch diese Reaktion, Bleiatomkernen mit Protonen glaube ich, jede Menge Neutronen raus und diese Neutronen, wenn man die über so ein Fass mit hochradioaktivem Müll regnen lässt, dann wird das entschärft. Also dieser Atommüll wird dann umgewandelt in Nuklide, die sehr rasch zerfallen. Das ist die Idee. Also ein aktives Zerstören mit so einem Beschleuniger, mit einer Beschleunigertechnologie von hochradioaktivem Atommüll. Problem ist, die Beschleuniger haben ganz schlechten Wirkungsgrad mit der Energie und man muss sehr viel Energie da reinstecken. Also wieder eigentlich, wenn man genug Energie hat, kann man eigentlich alles machen, dann kann man auch radioaktivem Müll verbrennen oder in Kernreaktionen entschärfen. Wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Ja, das wäre das letzte Bild hier in meiner Zusammenfassung der Reaktortypen. Ich habe das eingefügt, weil ich das irgendwie, ja es ist ganz interessant, das mal so drastisch dargestellt zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es genau stimmt. Das müsste man im Detail recherchieren. Das ist eine Weltkarte der Länder, die sich für oder gegen Kernenergie entschieden haben. Und zwar blau. Da gibt es zwei Farbtöne, hellblau Kanada, dunkelblau USA und hier Russland und China natürlich. Also dunkelblau laufende Kraftwerke und neue in Bau. Das sind also Länder, die neue Kernkraftwerke bauen. Das sind die dunkelblauen. Die hellblauen, die haben laufende Kernkraftwerke, aber planen neue. Übrigens sind, ja genau, planen neue. Und dann gibt es grüne Länder, die haben noch keine Kernkraftwerke, bauen aber welche. Sie sind jetzt in Bau. Und dazu gehört zum Beispiel die Türkei. Und dann haben wir hier noch, was haben wir denn noch? Hellgrün. Die haben auch keine Kernkraftwerke, aber sie planen welche. Und da gibt es eben eine ganze Menge Länder, hier Saudi-Arabien und Nordafrika, die keine Kernkraftwerke haben, aber welche planen. Und dann haben wir Gelb. Das sind die Länder, da passiert nichts. Die sind also in einem stabilen Zustand. Die haben Kernkraftwerke, planen aber keine neuen und haben auch nicht beschlossen auszusteigen. Die benutzen einfach die vorhandenen Kernkraftwerke weiter. Das ist aber nur dieses Land hier. Spanien. Und da gibt es hier oben noch, das sieht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gelb ist, das sind die Niederlande, aber es ist so klein, dass man es kaum sehen kann. Und dann gibt es ein paar Länder, die haben laufende Kernkraftwerke, aber sie haben den Ausstieg beschlossen. Das ist rot. Und das ist eigentlich hier im Wesentlichen Deutschland, die Schweiz und dann noch, das könnte Belgien sein. Also nur dieser deutschsprachige, also hier dieser Bereich in Zentraleuropa, die sind rot. Die sind die einzigen Länder auf der ganzen Welt. Alle anderen Länder und das ist, glaube ich, der Zweck dieser Karte hier, so ein bisschen populistische Darstellung. Es gibt eigentlich nur ganz wenige rote Länder. Also in den meisten Ländern, vor allem, allen voran China, wird die Kernenergie, ich glaube auch wegen des Klimas. Das ist ja eine Stromersorgungsmethode, die grundlastfähig ist und kein CO2, jedenfalls nicht im Betrieb, kein CO2 produziert. Deswegen ist das interessant. Und übrigens auch in Indien. Und diese beiden Länder, Indien und China, die haben ja über eine Milliarde Einwohner. Das sind eigentlich Riesenländer. Okay, rot also ganz selten auf der Welt. Dann gibt es noch schwarz, zivile Atomkraft illegal. Die haben sich also schon von vorderein entschlossen, keine Kernkraftwerke zu haben. Das ist Italien und Österreich. Und dann haben wir noch eine ganze Menge Länder, die mit der ganzen Sache überhaupt nichts am Hut haben. Das sind große Teile von Afrika, Teile von Südamerika und Australien. Ja, also die roten Länder, das sind wirklich nicht viele. Also wie sich jetzt auch angesichts der Klimadebatte die Kernkraftwerke auf der Welt weiterentwickeln werden, also ob man global letztendlich aussteigt oder ob man mit neuen Reaktoren, wie etwa den Hochtemperaturreaktoren, dann doch massiv in die Stromerzeugung global ansteigt, das kann man heute nicht sagen. Im November 2020. Aber sehr viele Länder, also von dieser Karte her, die investieren auch durchaus in neue Kernkraftwerke und China allen voran tatsächlich auch in neue Kernkraftwerkstypen. Das sind ganz interessante, also von der Physik her, interessante Entwicklungen. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Kernenergie wegen der Nutzung der starken Wechselwirkung, die ist intrinsisch gefährlich. Es gibt mehrere Aspekte, das ist die Proliferation, also das ist die Möglichkeit, damit Atombomben zu bauen, wenn man solche Kernkraftwerke hat, und eben die Gefahr, dass sie dann doch mal durchbrennen. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Aber angesichts der Klimadebatte, um das nochmal zu wiederholen, haben doch einige Länder, wie Indien zum Beispiel, durchaus wieder mehr Interesse an Kernkraftwerken. Ja, das war's mit der sechsten Vorlesung, zweiter Teil, Übersicht über die Kernkraftwerke auf der ganzen Welt. Vielen Dank für heute, danke und ja, bis zum nächsten Mal.